Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Achtung, Gefahr, neue Mitbewohnerin in der WG von Erik, Sunny und Lilli. Es ist Zeit, mit dem Kapitel Martin Ahrens, Oliver Frank, abzuschließen. Liebe, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Fans. Für Lilli, ihres Mareike Stehen, bedeutet das vor allem, wieder in der Normalität anzukommen. Als Erik ihr vorschlägt, dass Sarah, Susan Sideropoulos, in Martins altes Zimmer einzieht, ist Lilli sofort begeistert. GZSZ, Erik und Sarah finden eine Ebene. Da Leon, Daniel Felo, wieder Richtung Nordsee abgereist ist, fühlt sich Sarah allein, genauso wie Patrick. Jetzt verbindet die beiden Joggingfreunde vor allem eins, das Leben in einer Fernbeziehung. Inzwischen kann Sarah auch sehr gut verstehen, warum Erik so unter der Trennung von Toni, Olivia Marei, leidet. Zieh doch bei uns ein, da bist du nicht so allein wie im Hotel, schlägt Erik ihr vor. Doch es gibt noch ein Problem. Sarah hat Bedenken, dass Martins böse Energie noch in dem Zimmer vorhanden ist. Kurzum beschließen sie und ihre neuen Mitbewohner, ein reinigendes Ritual durchzuführen. Mit Erfolg! Schon am Abend findet das erste WG-Abendessen mit Sunny, Valentina Pade, statt. Demnächst wird das neue Zusammenleben allerdings auf eine harte Probe gestellt. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.